alli hallo hallöchen wir spielen wieder gold rush the game goldrausch in alaska und ja das letzte mal haben wir unsere ausbeute da abgegeben haben noch hier den tank vollgemacht haben jetzt noch 100.000 auf dem konto und jetzt bin ich doch beim händler wieder hängen geblieben und der bagger kostet 86.000 der große würde ja den vielleicht kaufen haben wir sogar noch ein bisschen geld übrig und mit denen könnte ich vielleicht schneller meine kleine waschtrommel da befüllen und gold waschen und ich würde sagen das machen wir so und schauen ob sie die uns den liefern hinzufügen und dann gehe ich das mal da bestellen den großen bagger wir wollten ja den radlader erst haben aber ich glaube der große bagger macht das auch erst mal und vielleicht verkaufen wir den kleinen bagger abbrechen ob da bin ich falsch ich muss erst hier drüben hin so bestellen so jetzt habe ich es da und das geht irgendwie nicht den kleinen bagger kann ich darüber machen denn kann ich das bestellen und da steht der kleine bagger wahrscheinlich irgendwo anders und das da würde ich gerne bestellen ich weiß nicht warum geht es nicht das kann ich gar nicht das habe ich nicht mal mehr einen kleinen bagger einfach die waschrinne macht er nicht wieso macht er das nicht was schnell hat es jetzt funktioniert nein ich werde hier irre bestätigen jetzt sind beide da ich transportiere hier alles hin und her und ich kriege einfach nicht hin ich weiß nicht warum es nicht warum ich die andere rinne da nicht hinbekommen das ist doch blöd ja selbst mal das game ich habe hier schon gleich genug vom game und bis jetzt hat eigentlich das irgendwie immer alles funktioniert aber jetzt habe ich da die sachen hin und her transportiert jetzt habe ich da natürlich wieder ein bisschen geld hin und her geschoben auf jeden fall sollten wir jetzt den großen bagger irgendwie dazu stehen haben mit den großen bagger kann ich denn kann ich dann hoffe ich schneller meine eimer füllen und wenn ich das gemacht habe kann ich da wieder schneller clean out machen und komme dazu ein bisschen zu kohle oh nein jetzt steht wirklich wieder alles hier vorne jetzt muss die ganze waschrinne wieder aufbauen weil ich sie da hinten weggenommen habe ist es so das ist ja lustig hier ich muss mal gleich mal schauen gehen ich habe alles kaputt gemacht was ich da so mühsam aufgebaut habe genau jetzt ist es weg wo sind die ganzen matten das auch alles weg ich habe die schnauze voll ok ok so lange wie ich da nicht zwei so dinger da habe kann ich da eh nicht viel waschen das auto läuft auch noch ich habe es natürlich da jetzt alles auf den lagerplatz gestellt und damit auch die waschrinne auf den lagerplatz gestellt und dann passiert das ja gut das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen aber ich bin der meinung ich muss doch zwei so rinnen da anbauen damit es überhaupt funktioniert so aber ich bin gespannt ob der große bagger jetzt mehr leistung hat und vielleicht verkaufe ich den kleinen weiß nicht ob ich zwei brauche da ist noch dieses komische loch hier was ich noch gerne machen würde den anhänger da ein paar meter nach vorne schieben geht das wenn alles angeschlossen ist ich glaube nicht ich glaube das geht sowieso nicht wenn ich da im loch stehe nur ein paar meter würde ich den ja nach vorne machen wollen aber ich glaube ich muss das wasser alles abklemmen strom jetzt stecke ich auch noch fest da meiner stiefel mit meiner stiefel jetzt kann ich es auch benutzen genau alles klar so bloß so ein so ein paar meterchen hätte ich gesagt so das sollte alles noch reichen so das schließen wir strom und wasser wieder an holen den großen bagger jetzt reicht das wahrscheinlich gerade schon also da habe ich wirklich das loch am ungünstigsten platz gebuddelt wie es überhaupt gibt so passt du jetzt oder passt du nicht was ist denn jetzt los also jetzt geht überhaupt nichts mehr okay das geht aber das kabel das will irgendwie nicht keine ahnung es wird einfach nicht okay jetzt ist irgendwas ist da nicht gut das blau nicht mehr ich kann es nicht an es geht nicht ja ich muss dann noch mal schauen ob da irgendwas komisches hier mit dem update das nimmt er jetzt auch nicht mehr ich muss mal schauen ist das der große bagger wo bin ich drin ja das ist der große bagger hier ist auf jeden fall ein bisschen größer wie der andere okay auf jeden fall habe ich irgendwie ein fehler hier drauf wenn ich mit dem bagger schon nach hinten fahre nehme ich gerade noch hier das teil mit hätte ich gesagt aber irgendwo haben wir jetzt ein fehler im spiel so ich habe es ja schon mal aufgebaut gehabt aber da ich das ja wieder zurück transportiert habe und wieder her transportiert habe weil ich irgendwie die andere waschrinne nicht her transportieren kann ist jetzt natürlich alles kaputt und jetzt steht es wieder hier vorne weil der transporteur das einfach mitgenommen hat und wieder hier hingestellt hat so jetzt fällt das andere noch nach hinten runter hey das läuft heute überhaupt nicht so werde ich nie reich hier wo sind meine netze und meine meine waschmatten da der mienmoos alles weg okay dann bauen wir es halt nochmal auf und wenn wir es dann nochmal aufgebaut haben warte mal der kann ja auch gleich von unten das machen naja ich muss da lang fahren andere seite habe ich ein großes loch gebuddelt so sieht schon ein bisschen so nach einer mine aus aber irgendwie fehlen da noch die großen geräte irgendwo nicht drüber gefahren über den schlauch auch da passiert nix gar nix okay wenn er leer ist wahrscheinlich nicht aber wenn er voll ist da noch läuft seht ihr und jetzt werden mir da zwei angezeigt schon und eine habe ich bloß okay sie überschlägt sich ja bisschen mit gewalt das ist ein bisschen metall okay geht vielleicht doch nicht ganz mit gewalt okay beim ersten mal hat es besser funktioniert irgendwie auf jeden fall kommen da zwei hin und ich habe bloß eine warum auch immer jetzt ist sie wieder auf der seite ja jetzt muss ich da irgendwo noch den bagger hin stellen und dann können wir da wieder loslegen ich muss natürlich noch alles starten hier aber ich habe ein bisschen bedenken ob ich dann nicht doch wieder irgendwie was mit dem spiel schauen muss wenn das da alles schon so verpackt und so weiter könnte jetzt denn doch sein damit es mich auch erwischt hier vor allem kann ich die stromkabel gar nicht mehr ran machen da muss jetzt sowieso erstmal das spiel neu starten vielleicht gab es ja nochmal ein update und dann läuft es wieder wäre schade wenn ich so ich versuche nochmal ich kann es bloß aufrollen irgendwie ich will es nicht und das teil kann ich gar nicht aufheben damit ich es verlängern kann ok auf jeden fall haben wir jetzt einen großen bagger das wäre natürlich cool aber da muss ich schauen ob wir den dem nächstes mal einsetzen können weil so kann ich die anlage gar nicht betreiben ich muss das spiel nochmal neu starten ich bedanke mich trotzdem fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal hoffe ich ciao ciao